Das ist Katharina Schulze. Und das ist Ludwig Hartmann. Und zusammen wollen wir das Team der Bayerischen Grünen für die Landtagswahl 2023 gemeinsam anführen. Denn die großen Herausforderungen unserer Zeit schaffen wir nur im Team. Wir zwei für die Grünen. Und wir alle gemeinsam im Team Bayern. Und zu diesem Team gehörst auch du. Und du. Ja, du auch. Denn nur zusammen können wir wirklich was bewegen. Damit wir auch weiter in unserem schönen Bayern so gut leben. Komm ins Team Bayern!